hallo zusammen in diesem video zeige ich euch die quest essenz der lichtmutter anzunehmen bei prophet felon auf der vindicar die zurzeit über kokun schwebt wenn ihr soweit seid dass ihr die quest annehmen könnt dann dürftet ihr ja mittlerweile wissen dass ihr diese über diese portplattformen auf die vindicar kommen könnt nehme nun die quest an an dieser stelle noch der hinweis dass falls euch meine videos helfen ihr eben gerne einen daumen hoch geben dürft was mich auch freut ist wenn ihr mich abonniert da bin ich dann besonders motiviert weitere quests aufzunehmen und hochzuladen ja prophet fehlern lab aktiv noch ein bisschen ich lege einfach mal los diese lichtüberreste seht ihr schon hier auf dem boden davon gilt es drei stück zu sammeln und damit ist die quest bereit zur abgabe questes abzugeben bei prophet fehlern auf der vindicar die zurzeit über kokun schwebt wie vorhin erwähnt falls geholfen daumen hoch und oder abonnieren für mich sehr freuen hoff ich konnte euch helfen tschau